Was ist der Medienradar? Der Medienradar ist ein medienpädagogisches Internetportal, das sich an Lehrende in der schulischen und in der außerschulischen Bildung richtet. Die Grundidee ist, aktuelle Medienthemen, die die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen unmittelbar berühren, aufzugreifen und ansprechend aufzubereiten. Wir erleben häufig, dass diese Themen gerade im Medienbereich sehr schnell wechseln, neue Trends kaum noch zu verfolgen sind, vor allem nicht von Lehrenden. Und hier möchten wir gerne Lehrende unterstützen und Material bereitstellen, das flexibel und einfach handhabbar ist.